Da siehst du, ich habe nichts getan, da kriege ich Rosen. Ich kriege meine Bestätigung, ich kriege ohne Ende Likes. So schnell habe ich noch nie 10.000 Likes bekommen, ja? Okay, das ist unsere kleine Truppe, du musst doch nicht dazugehören, du musst doch nicht dabei sein, ja? Okay, das war ein Kurs, ey. Das ist Kurs. Komisch, oder? Also, viel, viel Dank, das reicht schon, das reicht schon. Du, das reicht schon, das reicht schon. Unzufriedene Menschen, genau. Wenn ich glücklich wäre, wenn ich glücklich wäre, guck mal, alle eine Rose rein. Guck mal, er schreibt, er hat 2 Cent verdient und feiert sich. Ich fixiere mal diesen Hater. Guck mal, es geht doch nicht um die 2 Cent. Ich habe doch nicht gesagt, ballert ihr 20 Euro hin, sondern es geht um die Geste, ja? Vielen, vielen Dank, Mandy, Dankeschön. Guck mal, wenn ich wollen würde, würde ich jetzt in einer Minute auch 100 Euro bekommen. Aber lasst sie doch, das ist doch meine kleine Connection hier. Guck mal, da kommt einer rein, das ist wie auf Party. Einer prügelt sich, einer dreht durch wegen Eifersucht. Und die ganze Party ist kaputt, wisst ihr? Deswegen, ich blockiere ihn nicht, ich lasse ihn hier drinnen, okay? Ich lasse ihn hier drinnen. Und viele Hater sind zu Freunde geworden, ja? Viele von euch haben mich gehasst am Anfang, ja? Ich bin 1,84, ja? Und umsorgt ihn mit Liebe. Dankeschön für eure Mitgliedsherz, vielen, vielen Dank. Ist gut jetzt, ist gut. Ich will auch nicht, dass er sich zu sehr schämt, ja? Ist alles gut, ist alles gut. Ja. So. Ach ja, Bremen-Verbot ab heute, du weißt Bescheid. 100.000 Likes in 5 Minuten. Hey, Frankie, du hast Bremen-Verbot, das weißt du, ne? Wo ist Bremen? Wie, wo ist Bremen? Bremen auf die 1. Klar. Was ist das in Polen? Wie, in Polen? Wie, Bremen? Frankie, du hast Bremen-Verbot. Und ab heute für dich gilt das so. Und welche Familie spricht das aus? Wirst du dann sehen, welche Familie? Ah, okay, okay, also. Nicht wundern. Also. Jetzt geht's ab. Du weißt noch nicht mal, wo Bremen ist. Bremen auf die 1. Männer. Bremen die Hot. Bremen ist doch ein kleines Dorf voller... Bremen, love. Da gibt's noch nicht mal Strom und Wasser. Was redest du da, Bremen? Bremen ist das traurigste Land der Welt. Da redest du wie Blake. Kennt ihr Blake? Geht euch Blake rein. Blake. Es ist Blake-Time. Yes, ich glaube, es trägt alles wieder. Bleibt da. Da sind ganz viele bestimmte Landsleute. Also von gewissen Regionen. Bremerhaven ist voll damit. Und die in Bremerhaven... Die in Bremerhaven, die sind unter Bewachung. In Bremen und Bremerhaven, du kannst nichts tun, ohne dass es jemand weiß. Die Menschen sind wie in einem Gefängnis dort. Wenn du als Mädchen dort ausgehst, jeder redet über dich. Wenn du als Mann ausgehst, jeder redet über dich. Und aus Bremerhaven, wenn du es aus dem Knast schaffen, da wegzukommen, von diesem komischen Stück Land, kommen die nach Bremen. Und von Bremen aus geht's in die ganze Welt. Keiner bleibt in Bremen. Alles ist da trist, müde, dunkel, langweilig. Gibt's gar nichts. Ein Dönerladen und das war's. Weikki, wir wollen dich da nicht mehr sehen, was du Bescheid weißt. Herr Wolkan, nee, nee, ich blockiere dich jetzt und dann ist das Problem gelöst, mein Lieber. So, danke mit dir. Du kommst nicht mehr in die Stadt. Welche Stadt? Das ist doch keine Stadt. Mein Stadtteil ist größer als Bremen. Nein! Alle trippen, tippen, tippen, tippen. Ich weiß immer noch nicht, wo Bremen ist und ich habe keine Lust, mir das reinzuballern. Dann gucke ich mir lieber Fitnesssachen im Internet an.